Ja, liebe Freunde des Deutschlandkuriers, ich sende allen Wählerinnen und Wählern in Thüringen und Sachsen auch unseren Dank hier aus Dortmund im Westen von meiner Wahlparty im Dortmunder Westen zu. Wir haben heute die Ergebnisse in Thüringen und Sachsen wirklich sehr hoffnungsvoll entgegengenommen. Viele von uns haben auch den Wahlkampf der AfD in Thüringen und Sachsen unterstützt. Deshalb war es auch unser, zumindest teilweise, eigener Erfolg, den wir heute feiern konnten. Uns gibt das ganz viel Hoffnung hier im Westen, dass es bald heißt Sommer, Sonne, Remigration. Wir feiern heute Abend mit, mit unseren Parteifreunden in Dresden und Erfurt. Nachher wird auch Björn Höcke noch zu uns geschaltet und wird uns noch mal seine persönlichen Grüße und Eindrücke vom Wahlabend übermitteln. Und bis dahin heißt es, alles für Grünen!